Hallo Herr Singer. Hallo. Bestes Gründerteam 2016. Wie holt man sich so einen Titel? Ja, wir haben uns beworben bei der Stiftung für Entrepreneurship in Berlin und sind tatsächlich als Bestes Gründerteam 2016 ausgezeichnet worden mit unserem Paket-Safe, weil es einfach eine sehr innovative Idee ist. Was kann der? Ja, der Paket-Safe funktioniert ganz einfach. Es ist ein Briefkasten für Pakete im Endeffekt. Der Paketbote hebt den Deckel, der Sack entrollt sich automatisch und das Paket wird abgelegt und dann mit dem Sicherheitsschloss verschlossen. Es ist ein selbstsicherndes Schloss, das bedeutet, wenn er es einmal zugezogen hat, ist es auch schon fest verschlossen. Er braucht keinen Schlüssel oder irgendetwas dazu. Er legt es einfach ab und es ist jetzt gesichert und geschützt vor Diebstahl und Regen. Mit dem Messer könnt ihr natürlich schon ran, oder? Mit dem Messer hat man keine Chance. Echt? In dem Sack ist es ein zweilagiges Nylonmaterial und innen ist ein Edelstahlmaschennetz eingearbeitet. Man sieht es hier, mit dem Taschenmesser hat man da keine Chance durchzuschneiden. Ja, das ist wie ein Radschloss fast. Genau. Und ja, das Sicherheitsschloss sichert normalerweise Mountainbikes im Wert von bis zu 1000 Euro. Okay. Es geht uns einfach darum, Gelegenheitstiebe abzuwenden, die jetzt sagen, im Vorbeigehen komm, da liegt ein Paket, das nehme ich jetzt mit. Man sieht ja ohnehin nicht, was drinnen ist und das Durchschnittspaket in Deutschland ist jetzt auch nicht so begehrenswert, dass man es mitnehmen muss. Sack 싶et. Vielen Dank.